Ein herzliches Willkommen hier aus Tropis Holzhütte zu einem weiteren Projekt. Schaut mal, ich habe mir, oder ich habe für meine Tochter hier so einen Leuchttisch, ja, so eine Leuchtplatte gebaut. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich diese Platte hier gebaut habe, diesen Leuchttisch gebaut habe, dann bleibt dran. Zum Ende des Videos gibt es noch ein paar mehr Erklärungen. Vielen Dank. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020